Musik 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 Ihm finden Uli Musik 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 Kann mich jemand hören? Mein Sender ist da kurz Ich brauche sofort Hilfe Er hat mich denn genannt Nein, nein Ich habe da in der Sequenz zu gehört Okay Mal kommen zurück Hier Da kommen schon Gegner Nur kleine Kröten Nichts Besonderes Oh, nur 90 Meter Hätte ich ja fast nicht fahren müssen, wa? Weil es um die Käptentante jetzt geht Er gesagt hat, ich weiß jetzt wo sie ist Ich glaube Jetzt wird es emotional Wir müssen nur hinterher kommen Ich muss hier weg Ganz dringend Nee Gut erkannt Der erste ist down, der zweite auch Nee, doch nicht Zweiter ist down Ich habe ihn erschossen Jetzt habe ich meinen Jetzt habe ich mein Fahrzeug verloren Jetzt habe ich mein Fahrzeug verloren Da ist es Noch ein Hunter? Hör auf jetzt 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 Nimm Entschuldigung Nimm Wer von der Schmeißt die eigentlich mit Brandgranaten? Was ist mit dir, du Viech? Gib mir deinen Sniper. Danke. Was müssen wir jetzt hier finden? Stimmt wieder irgendein Loot. Loot, 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 loot. Warum leuchtet denn der Schwaben so? Wie du weit wirst? Na, was suchen wir denn jetzt überhaupt? Bestimmt irgendwas? Oh, hier ist nicht mehr Range. Okay. Okay. Also, wir müssen bestimmt wieder irgendwas aufsammeln. Also, du bist jetzt auf jeden Fall zu weit weg. Okay. Aha. Aha. Ich, 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 ich was? Auf ne Tür. Hast du doch gesehen? Die ging auf. Und jetzt rutscht schon mal ein Aufzug runter. Hey, du. Wenn sie der uns sicher will, super intention. Oh, neun. Oh, wir sind doch bestimmt flat an Viechern. Zeit unter Wolken. Da ist noch so ein Schwan. Kam auch Konfetti. Ja. Ich ganz allein. Hier ist ne Schrot. Steckel, hier ist ne Schrot. Da ist ne Schrot. Wir wissen doch, wir wissen alle, was Schrot normalerweise heißt, oder? Okay. Hier ist noch Munition. Hey, die, die. Hey, die, die. Hey, hey. Okay. Es ist so leise hier. So, sie hat nicht den gleichen Gedankengang wie wir. Jetzt bitte, die, 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 die. Ah, genau. Irgendwas kommt hier gleich. Nein. Dafür hast du mich nicht verpflichtet? Ja, sei aber schuld. Dann geh nach Hause. Würf halt einfach mit irgendwelchen... Das ist ein Gesellschaftsspiel. Das ist ein Gesellschaftsspiel. Verzögerungen möglich. Verzögerungen möglich. Die, wie diese Errungenschaften, die sind so toll. Hast du dich umgebracht? Na, dann ist ja gut. Wo bist du denn? Das war geplant, habe ich genau gesehen. Da hinten ist ein Pfeil. Ich glaube, da müssen wir hin. Danke, Soldat. Das war verdammt knapp. Ich wollte zu meinem Team auf die nächste Ebene. Aber hier ist einfach kein Durchkommen. Willkommen. Zugriff gewährt. Ha. Sie haben wohl das richtige Entschuld? Er hat einfach gar keine Ahnung, ne? Welche Tür ist jetzt auf? Wollen wir das? Hallo? Zugriff gewährt. Ja, nix klar. Ja, drück doch. Oh, oh. Kein Rattertatt mehr oder so. Ich habe nur noch den Sniper. Ein bisschen. Uff. Das ist doch schade. Sehen Sie vor. Aha. Ich sehe nichts. Geh du mal vor. Ja. Wie hast du mich genannt? Oder warst du das? Oder warst du das? Dich habe ich gesehen. Dich sehe ich auch. Auch gut. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Hallo. Hat er noch gezuckt? Welche mit euch? Oh. Das hat keiner gesehen. Nein? Gut. Next. Er wird jetzt eine Granate werfen, die springt gegen eine Kante und fällt zurück ins Gesicht, ey. Oh, oh, ouch. Oh, ouch. Wir werden es in euch. Hinaus? Wohin dann gehst du das raus. Du bist doch auf meinem Planeten, du Vogel. Was will denn das? Da sind auch mehr von denen. Ja. Wir warten. Wir sind da. Weg, schnitzelt. Nee, ich sehe nichts, hat er gesagt. Wollen Sie auch unter auf Ebene 9? Ja. Ich könnte Verstärkung gebrauchen. Willkommen, Zugriff gewährt. Ah. Hab sie schafft. Tschüss. Oh. Haben Sie das gehört? Bagger, auf Ihrer Ebene. Bagger? Oh nein, hier oben sind wir auch. Was für ein Bagger. Okay. Verbrechen lohnt sich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich mit dieser Info umgehen soll. Einfach weiter Pressen. Und. Dof, 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 dof. Dof, 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 dof. Alle drei schmeißen eine Granate. Overkill auf den Eilen, ey. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ins Gesicht geschlagen, mein Freund. So nämlich, leg dich einfach hin. Was fällt ihm denn ein? Ich kann sagen, hier ist aber eiskalt, ne? Was denn? Wahrscheinlich nicht. Meine Munition sind beide Akku. Hast du jetzt schon wieder gefunden? Hier runter. Darunter. 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 Buck, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Aber es tut mir leid. Ich hätte dir mehr über die Mission sagen sollen und über alles andere. Jetzt wird man sich emotional schnäcker. Nee, es hat meistens irgendwie... Hoa. Willkommen. Zugriff gewährt. Mir denn gerade so ein... So ein Schaden reingehauen. Ja. Glaub schon. Mad Kid wäre... Ja, ja, danke. Mad Kid wäre nicht verkehrt. Um an die Tür zu klopfen. Um an die Tür zu klopfen. Klopft, klopft. Überall reinstürmern. Da klopfen wir an. Ich dachte... Ach, egal. Wie heißen Sie doch gleich? Rein. Sofort. Ja, ja. Ja. Hahaha. Hier lang. Und zwar leise. Einige Idioten haben das Gebäude oben gesprengt und das ganze Nest geweckt. Darunter? Das ist der Superintendent. Die KI, die alle Systeme der Stadt steuert. Meine Missionen... Unsere Missionen... Ist, seine Daten zu sichern. Aber es gibt nur einen einzigen Weg da rein. Direkt durch das Nest. Allein zu gehen wäre Selbstmord. Ich hatte auf mehr Verstärkung gehofft. Aber Sie müssen reichen. Danke. Waren Sie die ganze Zeit allein? Haben Sie oben gekämpft? Wenn Sie nicht die Nacht im Pott waren, müssen Sie einiges drauf haben. Beweisen Sie es. Soll ich Sie jetzt abschießen, oder? Ehrlich. Machen wir nicht so ein. Hab ich. Als wie du. Als ob wir gerade weglaufen. Junge, 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 Junge. Eine Else. Hat mir die Else gerade den Rücken geschossen. Was ist denn falsch mit ihr? Hopp. Und hopp. Und hopp. Verbrinst du wieder Grunts? Okay. Gut. Na, 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 na. Hier irgendwo. Hier, Soldat. Durch die Tür. Wir müssen springen. Ja, spring doch. Hüpf. Oh, es tut ja weh. Blöde Kuh. Was hast du mich machen lassen? Ich spinne. Bumm. Ja, man muss ja auch sagen, ne. Unsere Waffenkombi ist halt schon böse. Ja. Sau, sie nimmt, was er findet. Wir sind es also bis tief ins unterste, um jetzt nach oben zu... Ja, ne, ist gut. Ja. Stasi. Schade. Oh, oh. Natürlich. Sie hat einfach auch keine Ahnung, wo es lang geht. Hier ist ein Fahrstuhl. Kommen Sie zu mir. Fahrstuhl nach oben. Nächster Halt. Oben. Zentrale. Achso. Ja, ich schubst. Wir müssen zusammenbleiben und schnell und leise vorgehen. Alles klar. Tschüss. Ja, ehrlich. Guck mal, die Käfer leuchten jetzt auf. Oh, halt doch, Babs. Wir merken doch, dass Gegner kommen. Brauchst du mir nicht sagen, dass ich aufpassen muss. Also. Was ist denn los mit ihr? Jahre. Oh, da ist eine Leiter. Wir können nicht zurück. Wir müssen weiter. Ja, alles klar. Drei aus der Luft gefischt. Schön. Ja, lauf doch jetzt. Was ist denn los mit dir? Ey, du schleichst auch, wenn es sich nicht lohnt. Und du rennst auch, wenn es sich nicht lohnt, ne? Also. Du musst dich schon entscheiden zwischen Vorpreschern und... Slausi, komm zurück. Das müssen wir ja gar nicht wissen, wo sie hin will. Beste. Oh, weggeportet. Okay. So eine Kuh. Und ich sehe im Weltraum. Es wird nicht lange dauern, bis sie durch die Tür kommen. Wir müssen sie ausschalten. Jetzt. Ich habe sie verloren. Der Deckel mit dem Hammer ist down. Und ich sehe den Hammer, falls du noch einen brauchst. Den Hammer. Der Hammer liegt hier unten. Hier. Bodyblockst du sie jetzt? Ja. Schön langsam. In jede Ecke sehen. Schön langsam. Weißt du, sie pusht da vor wie so ein Berserker. Aber jetzt kommt es schön langsam. Schön entspannen. Da ist ja auch nicht eine Ecke gewesen. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich habe böse Vorahnungen. Die kennen wir schon von früher, aber so nah waren wir noch nie dran. Soweit ich weiß, sind das Gefangene oder Sklaven. Jedenfalls mögen sie die Allianz genauso wenig wie wir. Den habe ich in den Tunneln gesehen. Er griff auf Coms, Sicherheitskameras, die Verkehrssteuerung zu. Auf alles. Schließlich kam er hierher. Er ist wie eine Glibberschildkröte so ein bisschen, ne? Die Allianz. Nennt sie Ingenieure, hält sie für eine Art biologischen Supercomputer. Wenn ich recht habe, hat dieser die Daten des Superintendent mit seinen eigenen kombiniert. Alles, was wir über die Allianz wissen wollen, wonach sie unter der Stadt suchen, ist hier, direkt vor uns. Alles klar. Also schneiden wir das Tierchen auf. Achso, ne. Okay. Verdammt! Die Bagger haben den Alarm ausgelöst. Oh Gott, oh Gott. Die Brutes sind wegen des Ingenieurs hier. Sie wollen ihn umbringen. Sie, bleiben Sie hinter mir, okay? Oh. Ist das süß. Der Ingenieur hat noch Schilde, aber Sie werden nicht lange halten. Schilde, schön. Wir müssen uns den Weg zu Backbahn. Backbahn. War das ein Hümmerschen? Ja. Erstmal durchpreschern hier. Ach, bist du süß. Easy. Das ist der Ausgang. Gehen Sie durch die Tür. Kommst du jetzt auch mit, oder? Angegner, ich brauche hier Hilfe. Los. Ach so, ist klar. Äh. Kommst du zu... Okay. Wegen dieses, äh, Objekts solltest du mich mal aufklären. Nicht jetzt, Back. Hä? Hä? Und warum sind wir... Jetzt... Hä? Warum sind wir jetzt einfach nur auf der anderen Seite runtergesprungen? Ja, so ähnlich. Naja, kommt hinterher. Das Essen wird kalt. Komm mal auf den Tür. Den haben wir heute hunderte gesehen. Was ist an dem so wichtig? Dieser Ingenieur weiß, was die Allianz vorhat. Und wenn ich mehr davon erwische, weiß ich es auch. Ihr Wissen kann den Krieg entscheiden. Oh, jetzt erstmal hier. Quatsch-Sequenz. Sau see. Der kann so nicht arbeiten. Nein. Naja, ein oder zwei. Gute Arbeit. Wohin sollte ich das wissen? Die tun doch nix. Die sind doch süß. Die sind doch fast schon Tierchen. Ja, finde ich auch. Weg. Na los! Bist du so schnell hergekommen, du kleine Schildkröte? Nyaaau. Ja? Nice. Scheiße. Ich kann über Nachricht die Begriffe. Puh. Gott, das Ding stinkt. Das erinnert mich irgendwie an... Wofür war das denn? Für den Missionsabbruch. Welche Mission? Du warst abgetaucht. Mein Squad war verstreut. Und das? Die Knutschen. Weil du zurückkommst. Beideival. Danke. Ja, ja, ja. Gut gemacht, Anfänger. Wirklich gut. Aber es ist noch nicht vorbei. So Mädels, was sagt ihr? Machen wir Ende für heute oder was? Machen wir Ende für heute. 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 Machen wir Ende für heute.